Während der kommerzielle Geist der vergangenen Jahrzehnte Kunst zur Luxus- oder Genussware degradierte, hat der Philister das Kunstwerk als gesellschaftlich unentbehrliches Erziehungs- und Bildungsmittel gewertet. Die Erlösung und Befreiung durch die Kunst setzt aber erst dort ein, wo glühende Teilnahme, aktive Wahrnehmung am künstlerischen Geschehen lebendig wird und aus dem vom Ausdruck ergriffenen eine künstlerisch schaffende Gemeinde bildet.